Begleiten Sie uns in das New Living Home. Über 100 interessierte Teilnehmer kamen am 29. September 2012 ins New Living Home zum dritten ITP-Symposium. Die Teilnehmer trafen auf spezialisierte Ärzte und Forscher, die mit ihren Erfahrungen den ganzen Tag Fragen rund um die noch sehr seltene Erkrankung Immun-Thrombozytopenie beantwortet haben. Marion Hass, Gründerin und Leiterin des Kompetenzteam ITP, Morbus Werlhof, sowie Initiatorin der Veranstaltung, wünschte allen viel Erfolg bei der Bewältigung der umfangreichen Agenda und regte zum eifrigen Dialog untereinander an. Den Eröffnungsvortrag hielt Nina Babinski, Doktorandin an der Charité in Berlin. Weil gerade für junge Frauen sehr wichtig, sprach sie über das Thema Schwangerschaft, für die ITP keine Kontraindikation bietet. Nina Babinski erklärte, was bei einem Schwangerschaftsverlauf mit ITP zu beachten ist. Insbesondere ist ihr sehr enge Zusammenarbeit der Hämatologen und Gynäkologen geboten, denn Mutter und Kind sind gleichzeitig zu behandeln. Einflussfaktoren einer ITP können sehr unterschiedlich sein. Diplomingenieur Julian Kami-Milz, Doktorand an der Charité Berlin, stellte die ersten Ergebnisse einer aktuellen Studie über den oxidativen Stress im Blut als Auslöser einer ITP vor. Der oxidative Stress im Blut wird durch verschiedene und zahlreiche Umweltfaktoren einschließlich der Ernährung verursacht. Im Anschluss an seinen Vortrag hat Herr Julian Kami-Milz den oxidativen Stress im Blut bei Teilnehmern gemessen. Dazu wird ein Tropfen Blut aus der Fingerkuppe entnommen. Eine spezielle Zentrifuge zerlegt das entnommene Blut in seine Bestandteile und mit Hilfe bestimmter chemischer Stoffe kann der oxidative Stress im Blut gemessen werden. Daraus können individuelle Empfehlungen zur Vermeidung des oxidativen Stresses ausgearbeitet werden. Diese Möglichkeit bietet einen enormen Gewinn an Lebensqualität für Betroffene. Erschöpfung, Müdigkeit sind zwei der vielen Symptome bei einer ITP. Darum können Betroffene parallel zur Veranstaltung ein paar Minuten bei einer Massage durch den Experten Kai Schwocho entspannen und wieder Kräfte für die lange Agenda sammeln. Universitätsprofessor Dr. Salama, Direktor der Transfusionsmedizin Charité Berlin, referierte über die neuesten Erkenntnisse aus seiner ITP-Forschung. Im Besonderen von unterschiedlichen Therapien und deren Nebenwirkungen. Wichtigste Erkenntnis ist, dass bei einer Behandlung die Nebenwirkungen nicht schwerer sein sollten als die Symptome der Erkrankung ITP selbst. Ein ITP-Patient könnte etwa mit Thrombozytenwerten um die 30.000 Stück ein fast normales Leben führen, sofern keine Blutungsneigung auftreten. Stehen jedoch Operationen an, sollte die Anzahl der Thrombozyten deutlich erhöht werden. Eine gute Nachricht ist, spontane Remissionen sind bei der ITP auch nach vielen Jahren relativ häufig. Dr. Florian Langer vom UKE Hamburg sprach über die Thrombose-Prophylaxe bei einer Immun-Thrombozytopenie. Paradoxerweise kommen Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolien bei ITP-Patienten häufiger vor als bei Menschen ohne solcher Indikatoren. Und er hob besonders heraus, dass die Erkrankung ITP sehr viele verschiedene Erscheinungsformen hat, also muss eine Therapie individuell getroffen werden. Im Workshop wurden viele individuelle Fragen der Teilnehmer sowohl von Ärzten als auch von anderen ITP-Betroffenen beantwortet. Rege Diskussionen und lebhafter Austausch von Erfahrungen machten sehr deutlich, wie vielseitig eine Immun-Thrombozytopenie sein kann. Gestatten? Mein Name ist Trombi. Marion Hass stellte das sympathische Maskottchen des Kompetenzteams ITP Morbus Werlhof vor. Und wieder hat sich an diesem Tag die Erkenntnis bestätigt, dass die meisten durch ITP-Erkrankten ein normales Leben führen können. Allerdings sollte jeder Betroffene sich intensiv bemühen, seinen eigenen Körper zu verstehen und mit ihm umzugehen lernen. Amen.